Wilhelm Hauf Lichtenstein Kapitel I Nach den ersten trüben Tagen des März 1519 war endlich am 12. ein recht freundlicher Morgen über der Reichstadt Ulm aufgegangen. Die engen kalten Straßen mit ihren hohen, dunklen Giebelhäusern hatte der schöne Morgen heller als sonst beleuchtet und ihnen einen Glanz, eine Freundlichkeit gegeben, die zu dem heutigen festlichen Ansehen der Stadt gar trefflich paßte. Die große Herdbruckengasse, sie führt vom Donautor an das Rathaus, stand an diesem Morgen gedrängt voll Menschen, die sich Kopf an Kopf wie eine Mauer an den beiden Seiten der Häuser hinzogen, nur einen engen Raum in der Mitte der Gasse übrig lassend. Ein dumpfes Gemurmel gespannte Erwartung lief durch die Reihen und brach nur in ein kurzes Gelächter aus, wenn etwa die alten, strengen Stadtwächter eine hübsche Dirne, die sich zuvor laut in den freigelassenen Raum gedrängt hatte, etwas unsanft mit dem Ende ihrer langen, helle Barne zurückdrängten, oder wenn ein Schalk sich den Spaß machte. »Sie kommen! Sie kommen!« rief, weil es lange Hälse machte und schaute, bis es sich zeigte, daß man sich wieder getäuscht habe. Noch dichter aber war das Gedringe da, wo die Herdbrucker Gasse auf den Platz vor dem Rathause einbiegt. Dort hatten sich die Zünfte aufgestellt. Die Schiffergelde mit ihren Altmeistern an der Spitze, die Weber, die Zimmerer, die Brauer mit ihren Fahnen und Gewerbezeichen, sie alle waren im Sonntagswamms und wohlbewaffnet, zahlreich dort versammelt. Bot aber schon die Menge hier unten einen fröhlichen, festlichen Anblick dar, so war dies noch mehr der Fall mit den hohen Häusern der Straße selbst. Bis an die Giebeldächer waren alle Fenster vollgeputzter Frauen und Mädchen, um welche sich die grünen Tannen- und Taxuszweige, die bunten Teppiche und Tücher, mit welchen die Seiten geschmückt waren, wie Rahmen um liebliche Gemälde zogen. Das anmutigste Bild gewährte wohl ein Erkerfenster am Hause des Herrn Hans von Pessera. Dort standen zwei Mädchen, so verschieden an Gesicht, Gestalt und Kleidung, und doch beide von so ausgezeichneter Schönheit, daß, wer sie von der Straße betrachtete, eine Weile zweifelhaft war, welcher er wohl den Vorzug geben möchte. Beide schienen nicht über achtzehn Jahre alt zu sein. Die eine, größere, war zart gebaut, reiches, braunes Haar zog sich um eine freie Stirn, die gewölbten Bogen ihrer dunklen Brauen, das ruhige, blaue Auge, der fein geschnittene Mund, die zarten Farben der Wangen. Sie gaben ein Bild, das unter unsern heutigen Damen für sehr anziehend gelten würde, daß aber in jenen Zeiten, wo noch höhere Farben, vollere Formen der Apfel zuerkannt wurde, nur durch seine gebietende Würde neben der anderen schönen sich geltend machen konnte. Diese, kleiner und in reichlicherer Fülle als ihre Nachbarin, war eines jener unbesorgten, immer heiteren Wesen, welche wohl wissen, daß sie gefallen. Ihr hellblondes Haar war nach damaliger Sitte der Ulmer Damen in vielen Löckchen und Zöpfchen geschlungen und zum Theil unter ein weißes Häubchen voll kleiner, künstlicher Fältchen gesteckt. Das runde, frische Gesichtchen war in immerwährender Bewegung, noch rastloser glitten die lebhaften Augen über die Menge hin, und der lächelnde Mund, der alle Augenblicke die schönen Zähne sehen ließ, zeigte deutlich, daß es unter den vielerlei abenteuerlichen Gruppen und Gestalten nicht an Gegenständen fehle, die ihrer fröhlichen Laune zur Zielscheibe dienen mußten. Hinter den beiden Mädchen stand ein großer, bejahter Mann. Seine tiefen, strengen Züge, seine buschigen Augenbrauen, sein langer, dünner, schon ins Graue spielender Bart, selbst sein ganzer schwarzer Anzug, der wunderlich gegen die reichen, den bunten Farben um ihn herum abstach, gaben ihm ein ernstes, beinahe trauriges Aussehen, das kaum ein wenig milder wurde, wenn ein Schimmer von Freundlichkeit, hervorgelockt durch die glücklichen Einfälle der Blondine, wie ein Wetterleuchten durch das finstere Gesicht zog. Diese Gruppe, so verschieden in Sicht durch Farbe und Schattierung wie durch Charakter und Jahre, zog hin und wieder die Aufmerksamkeit der Untenstehenden auf sich. Manches Auge hing an den schönen Mädchen, und sie beschäftigten eine Weile durch ihre überraschende Erscheinung jene müßige Menge, die schon ungeduldig zu werden anfing, daß das Schauspiel, dessen sie harte, noch immer sich nicht zeigen wollte. Es ging schon stark gegen Mittag. Die Menge wogte immer ungeduldiger, preßte sich stärker, und hin und wieder hatte sich schon einer oder der andere aus den Reihen der ehrsamen Zünfte auf dem Boden gelagert, da tönten drei Schüsse von der Schanze auf dem Lug ins Land herüber, die Glocken des Münsters begannen tiefe, volle Akkorde über die Stadt hinzurollen, und im Augenblick hatten sich die verworrenen Reihen geordnet. »Sie kommen, Marie, Sie kommen!« rief die Blonde im Erkerfenster und schlang ihren Arm um den Leib ihrer Nachbarin, indem sie sich weiter zum Fenster hinausbeugte. Das Haus des Herrn von Besserer bildete eine Ecke der vorerwähnten Straße, und von dem Erker konnte man hinab beinahe bis an das Donautor und hinüber bis in die Fenster des Rathauses sehen. Die Mädchen hatten also ihren Standpunkt trefflich gewählt, um das Schauspiel, dessen sie harten, ganz zu genießen. Jetzt hörte man den dumpfen Schall der Pauken, vermischt mit den hohen Klängen der Zinken und Trompeten, und durch das Tor herein bewegte sich ein langer glänzender Zug von Reitern. Die Stadtpauker und Trompeter, die berittene Schar der Ulmer Patriziersöhne, war eine allzu tägliche Erscheinung, als daß das Auge lange darauf verweilt hätte. Als aber das schwarz- und weiße Banner der Stadt mit dem Reichsadler als Fahnen und Standarden aller Größen und Farben zum Tor hereinschwankten, da dachten die Zuschauer, daß jetzt der richtige Augenblick gekommen sei. Auch unsere schönen Merkerfenster schärften jetzt ihre Blicke, als man die Menge am unteren Theil der Straße ehrerbietig die Mützen abnehmen sah. Auf einem großen, starkknochigen Rosse nahte ein Mann, dessen kräftige Haltung, dessen heiteres, frisches Aussehen in sonderbarem Kontrast stand, mit der tief gefurchten Stirn und dem schon ins Graue spielenden Haar und Bart. Er trug einen zugespitzten Hut mit vielen Federn, einen Brustharnisch über ein eng anschließendes rotes Wams, Beinkleider von Leder mit Seide ausgeschlitzt, die wohl neu recht hübsch gewesen sein mochten, aber durch Regen und Strapazen eine einförmige, dunkelbraune Farbe erhalten hatten. Weite, schwere Reiterstiefel schlossen sich unter den Knien an. Seine einzige Waffe, ein ungewöhnlich großes Schwert mit langem Griff ohne Korb, vollendete das Bild eines gewaltigen, unter Gefahren früh erkrauten Kriegers. Der einzige Schmuck dieses Mannes war eine lange goldene Kette von dicken Ringen, fünfmal um den Hals gelegt, an welcher der Ehrenpfennig auf der Brust herabhing. »Sagt geschwind, O Heim, wer ist der stattliche Mann, der so jung und alt aussieht?« rief die Blonde, indem sie das Köpfchen ein wenig nach dem Schwarzen Herrn, der hinter ihr stand, zurückbeugte. »Was kann ich dir sagen, Bertha?« antwortete dieser bedächtig. »Es ist Georg von Fronsberg, oberster Feldhauptmann des bündischen Fußvolks, ein wackerer Mann, wenn er einer besseren Sache diente.« »Behaltet eure Bemerkungen für euch, Herr Württemberger!« entgegnete ihm die Kleine, indem sie lächelnd mit dem Finger drohte. »Ihr wißt, daß die Ulmer Mädchen gutbündig sind.« Der O Heim aber, ohne sich irre machen zu lassen, fuhr fort, »Jener dort auf dem Schimmel ist Truchses Waldburg, der Feldleutnant, dem auch etwas von unserem Württemberg wohl anstünde. Dort hinter ihm kommen die Bundesobersten. Weiß Gott, sie sehen aus wie die Wölfe, die nach Beute gehen.« »Pfui, verwitterte Gestalten!« bemerkte Bertha. »Ob es wohl auch der Mühe wert war, Bäschen Marie, daß wir uns so putzten? Aber siehe da, wer ist der junge schwarze Reiter auf dem Braunen? Sieh nur das bleiche Gesicht und die feurigen schwarzen Augen! Auf seinem Schild steht »Ich hab's gewagt!« »Das ist der Ritter Ulrich von Hutten«, erwiderte der Alte, »dem Gott seine Schmähworte gegen unseren Herzog verzeihen wolle. Kinder, das ist ein gelehrter, frommer Herr! Er ist zwar des Herzogs bitterster Feind, aber ich sage es so. Denn was wahr ist, muß wahr bleiben. Und siehe da, da sind Sickingens Farben. Wahrhaftig, da ist er selbst. Schaut hin, Mädchen, das ist Franz von Sickingen. Sie sagen, er führe tausend Reiter ins Feld. Der ist's mit dem blanken Harnisch und der roten Feder. »Aber sagt mir, Oheim«, fragte Bertha weiter, »welches ist denn Götz von Berlichingen, von dem uns Vetter Kraft so viel erzählt hat? Er ist ein gewaltiger Mann und hat eine Faust von Eisen. Reitet er nicht mit den Städten?« »Götz und die Städter nennen nie in einem Atem«, sprach der Alte mit Ernst. »Erholt zu Württemberg.« Ein großer Teil des Zuges war während dieses Gesprächs am Fenster vorübergezogen, und mit Verwunderung hatte Bertha bemerkt, wie gleichgültig und teilnahmslos ihre Basemarie hinabschaute. Es war zwar sonst des Mädchens Art, sinnend, zuweilen wohl auch träumerisch auszusehen, aber heute, bei einem so glänzenden Aufzug, so ganz ohne Teilnahme zu sein, durchte ihr ein großes Unrecht. Sie wollte sie eben zur Rede stellen, als ein Geräusch von der Straße her ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Ein mächtiges Roß bäumte sich in der Mitte der Straße, unter ihrem Fenster, wahrscheinlich scheu gemacht durch die flatternden Fahnen der Zünfte. Sein hoch zurückgeworfener Kopf verdeckte den Reiter, so daß nur die wehenden Federn des Barretts sichtbar waren. Aber die Gewandtheit und Kraft, mit welcher er das Pferd herunterriß und zum Stehen brachte, ließ einen jungen, mutigen Reiter erahnen. Das lange, hellbraune Haar war ihm von der Anstrengung über das Gesicht herabgefallen. Als er es zurückschlug, traf sein Blick auf das Ackerfenster. »Nun, dies ist doch mal ein hübscher Herr«, flüsterte die Blonde ihrer Nachbarin zu, »so heimlich, so leise, als fürchte sie, von dem schönen Reiter gehört zu werden. Und wie er artig und höflich ist! Sieh nur, er hat uns gegrüßt, ohne uns zu kennen!« Aber das stille Bäschen Marie schien der Kleinen nicht viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ein glühendes Rot zog über die zarten Wangen. Ja, wer die ernste Jungfrau gesehen hätte, wie sie so kalt auf den Zug hinabsah, hätte wohl nie geahnt, daß so viel holde Freundlichkeit um diesen Mund, so viel Liebe in diesem sinnenden Auge wohnen könnte, als in jenem Augenblicke sichtbar wurde, wo sie durch ein leichtes Neigen des Hauptes den Gruß des jungen Ritters erwiderte. Der kleinen Schwätzerin war unsere flüchtige, aber wahre Bemerkung über den Anblick des schönen Mannes völlig entgangen. »Nur schnell, o heim«, rief sie und zog den alten Herrn am Mantel. »Wer ist der in der hellblauen Binde mit Silber? Nun?« »Liebes Kind«, antwortete der Oheim, »den habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Seinen Farben nach steht er in keinem besonderen Dienst, sondern reitet wohl auf seine eigene Faust gegen meinen Herzog und Herrn, wie so viele Hungerleider, die sich an unseren Töpfen laben wollen.« »Mit Euch ist doch nichts anzufangen«, sagte die Kleine und wandte sich unmutig ab. »Die alten und gelehrten Herren kennt ihr alle auf hundert Schritte und weiter. Wenn man aber einmal nach einem hübschen, höflichen Junker fragt, dann wißt ihr nichts. Du bist auch so, Marie, machtest Augen auf den Zug hinunter, als ob es eine Prozession an von Leichnam wäre. Ich wette, du hast das Schönste von allem nicht gesehen und hattest noch den alten Fronsberg im Kopf, als ganz andere Leute vorbeiritten.« Der Zug hatte sich während dieser Strafrede Berthas vor dem Rathaus aufgestellt. Die bündische Reiterei, die noch vorüberzog, hatte wenig Interesse für die beiden Mädchen. Als daher die Herren abgesessen und zum Imbiß ins Rathaus gezogen waren, als die Zünfte ihre Glieder auflösten und das Volk sich zu verlaufen begann, zogen auch sie sich vom Fenster zurück. Bertha schien nicht ganz zufrieden zu sein. Ihre Neugier war nur halb befriedigt. Sie hütete sich übrigens wohl, vor dem alten, ernsten Ohrheim etwas merken zu lassen. Als aber diese das Gemach verließ, wandte sie sich an ihre Base, die noch immer träumend am Fenster stand. »Nein, wie einen doch so etwas peinigen kann! Ich wollte viel darum geben, wenn ich wüßte, wie er heißt. Daß du aber auch gar keine Augen hast, Marie! Ich stieß dich doch an, als er grüßte. Siehe, hellbraune Haare, recht lang und glatt, freundliche dunkle Augen, das ganze Gesicht ein wenig bräunlich, aber hübsch, sehr hübsch! Ein Bärtchen über dem Mund! Nein, ich sage dir, wie du jetzt nur wieder gleich rot werden kannst!« fuhr die Blonde in ihrem Eifer fort, als ob zwei Mädchen, wenn sie alleine sind, nicht von dem schönen Mund eines jungen Herren sprechen dürften. »Dies geschieht oft bei uns, aber freilich, bei deiner seligen Tante Mume in Tübingen und bei deinem ernsten Vater in Lichtenstein kamen solche Sachen nicht zur Sprache, und ich sehe schon, Bäßchen Marie träumt wieder, und ich muß mir ein Ulmer Stadtkind suchen, wenn ich auch nur ein klein wenig schwatzen will!« Marie antwortete nur durch ein Lächeln, das wir vielleicht etwas schelmisch gefunden hätten. Bertha aber nahm den großen Schlüsselbund vom Haken an der Tür, sang sich ein Liedchen und ging, um noch einiges zum Mittagessen zu rüsten. Denn, wenn man ihr auch etwas zu große Neugierde vorwerfen konnte, so war sie doch eine zu gute Haushälterin, als daß sie über der flüchtigen Erscheinung des höflichen Reiters das Gemüse und den Nachtisch vergessen hätte. Sie hüpfte hinaus und ließ ihre Base allein bei ihren Gedanken. Und auch wir stören sie nicht, wenn sie jetzt die schönen Bilder der Erinnerung durchgeht, die jene Erscheinung mit einem Mal aus dem tiefen, treuen Herzen hervorgerufen hatte, wenn sie jener Zeit gedenkt, wo ein flüchtiger Blick von ihm, ein Druck seiner Hand ihre Tage erhellte, wenn sie jene Nächte gedenkt, wo sie im stillen Kämmerlein, unbelauscht von der seligen Bume, jene Scherpe flocht, deren freudige Farben sie heute aus ihren Träumen weckten. Wir lauschen nicht, wenn sie errötend und mit niedergeschlagenen Augen sich fragt, ob Bäschen Bertha, den süßen Mund des Geliebten, richtig beschrieben habe. E.A.P. Productions